Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, um eine Frage zu beantworten, die Sie mir hinterlassen haben, werde ich ein kurzes Video machen, das die Farbe des Rauchs erklärt, der aus dem Auspuff kommt, was ihn verursacht. Rauch kommt weiß heraus, das heißt Wasserdampf, es ist, dass es ein Leck im Inneren des Wassermotors gibt, entweder durch den Zylinderkopf oder die Zylinderkopfdichtung, und das Wasser, das zum Kühlen des Motors selbst verwendet wird, schafft es, die Verbrennungskammer zu erreichen und dort verdampft es aufgrund der hohen Temperatur während der Motor läuft und verursacht diesen weißen Rauch, wenn es blau herauskommt, was passiert ist, dass es Öl verbrennt. Könnte es an einem Riss im Zylinderkopf liegen, es könnte ein Riss in der Zylinderkopfdichtung sein oder es könnte an Verschleiß der Kolbenringe liegen, dort tritt Öl aus, brennt und tritt dann durch den Auspuff aus, auch an Verschleiß der Ventildichtungen und wenn Rauch kommt schwarz aus, da dies auf eine schlechte Verbrennung von Gasbrennstoffen zurückzuführen ist Ölinder oder Diesel, das liegt daran, dass dieser Mischung Luft fehlt. Es macht diese Mischung nicht gut und deshalb würde dieser schwarze Rauch herauskommen. Nun, ich hoffe, dieses Video hat alle Zweifel ausgeräumt, und wenn ja, vergiss nicht, ein Like.